Lass dir deine Mitarbeiter vom Staat bezahlen und damit willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge und heute sprechen wir darüber, wie du dir wirklich bis zu 75% deiner Brutto-Gehälter, die du gerade als Immobilienunternehmer für deine Mitarbeiter bezahlst, einfach vom Staat erstatten lassen kannst. Und das nicht nur für ein paar Monate, sondern wirklich über ein Jahr und mehr hinweg. Und ja, das Ganze richtet sich an Immobilienmakler, Bauträger, Projektentwickler, also alle Player der Immobilienbranche. Und das ist ganz neu, deswegen auch heute hier in dieser Podcast-Folge das erste Mal, dass wir eben öffentlich darüber sprechen. Ich meine, man muss sagen, wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv auch daran gearbeitet und wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wie wir die Immobilienbranche unterstützen können, wie wir noch mehr Mehrwert schaffen können und natürlich kann man immer mehr machen, mehr Umsatz, mehr Ads, mehr Werbung, aber es geht auch mal darum, profitabler zu werden. Und wenn du dir mal vorstellst, du könntest 75% deiner Kosten, die du gerade bei deinen Mitarbeitern hast, einfach einsparen, was würde das für dich bedeuten? Und darüber sprechen wir heute und wir verraten natürlich auch, wie das Ganze funktioniert und wie du innerhalb von, man muss sagen, 4 bis 6 Wochen schon in den Genuss kommen kannst, dieses Geld zu erhalten. Ja, man kann es eigentlich auch deutlicher sagen, wir haben Weihnachten vorgezogen dieses Jahr, wir feiern jetzt schon Weihnachten. Es geht um Folgendes, es gibt ja Agenturen, die machen hier Performance-Marketing, Social Media etc. pp. Ist ja auch okay, das sind Standardagenturen und dann gibt es uns. Wir sind jetzt schon eine Weile auf dem Markt, haben natürlich ein gewisses Portfolio, was wir nutzen, was wir auch anbieten an Leistungen, um bessere Ergebnisse, mehr Umsatz für die Kunden zu haben. Aber wir entwickeln uns als Unternehmen ja auch ständig weiter. Du hast schon gesagt, hey, wir können selbst natürlich, wir können unser Produkt noch zehnmal mehr verkaufen, aber das ist ja gar nicht die Intention, sondern man möchte ja innerhalb des Systems besser werden. Besser werden heißt ja, es ist ja nicht nur mit der Akquise getan oder mit der Digitalisierung getan, sondern hey, wie werde ich als Unternehmer profitabler? Wie werde ich profitabler? Naja, im ersten Schritt erstmal, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe und das auch passend reinvestiere. Und das haben wir die letzten Monate, also da war ich ein langer Prozess gemacht und haben halt einfach einen Weg gefunden und das ist wirklich, schwarz auf weiß so, bis zu 75% deiner Kosten werden gespart. Also bedeutet, jetzt mal einfach fiktives Beispiel, dein Mitarbeiter kriegt 3000 Euro brutto im Monat. Mit Lohnnebenkosten sind wir hier bei 3,6 und wir reden von diesen 75%, dann kriegt er einen Zuschuss von 2700 Euro im Monat. Krass. Und das für einen Mitarbeiter und das ist jetzt nicht nur einmalig, das ist ein gewisser Zeitraum, das muss man natürlich im Detail immer prüfen, aber genau darüber sprechen wir. Und dir als Zuhörer muss man bekannt sein, ich meine klar ist es schön, mehr Geld zu haben, aber wie ist es denn, wenn du einen Mitarbeiter hast, der bekommt sein volles Geld und ich habe jetzt mal Beispiel bei denen, nicht jeder verdient nur 3000 brutto, die verdienen deutlich mehr. Aber ich habe 2700 Euro im Monat frei zur Verfügung für mein Unternehmen. Das ist ein Riesenhebel, das ist eine Riesenchance aktuell. Mega heftig. So und stell dir mal vor, du würdest dieses Geld bekommen, aber zusätzlich, ohne mehr dafür zu bezahlen, sogar noch Kompetenz aufbauen dem Unternehmen. Und wir sprechen nicht über irgendwelche Kompetenz, sondern Kompetenz im Bereich Marketing, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Social Media und das alles plus zusätzlich zahlt der Staat dir noch dieses Geld. Das ist ja heftig. Also du kannst dir nicht nur drei Viertel der Gehälter zurückholen, sondern du baust dir eine wirkliche Maschine, also eine wirkliche Mitarbeiterwaffe auf an Personen, die sich Kompetenzen aneignen. Und der Hintergrund, warum das möglich ist, und da denke ich eine, ja, reden wir hier von einer Wunschvorstellung, was ist das überhaupt, ist das Scam oder so? Nein, ist es nicht. Deswegen, der Grund, warum das möglich ist, ist tatsächlich, dass es Gesetze gibt in Deutschland. So und wir erhalten uns hier ganz klar an Gesetze und es gibt Gesetzgebungen, die ermöglichen oder wo der deutsche Staat sagt, ja, pass auf, wir wissen, die Welt ändert sich, es gibt Digitalisierung, alles wandelt sich. Wir müssen heute die Beschäftigten, die im Unternehmen sind, schon für die Zukunft vorbereiten. So, also wir sprechen jetzt zum Beispiel vom Fließbandarbeiter beispielsweise oder vom Banker, der am Schalter steht. Wir wissen alle, diese Jobs werden dekrationalisiert. Der Fließbandarbeiter, da gibt es irgendwann eine Maschine dafür, die das über einen Roboter, der das über unternimmt und der da am Schalter steht, das können die Leute auch selber, das ist notwendig, Überweisung oder sowas da durchzuführen. Das funktioniert alles selber so. Das heißt, diese Personen sind irgendwann arbeitslos. So, was sagt also der deutsche Staat und das ist ja sehr smart vom deutschen Staat. Ja, wir fördern und bilden jetzt schon Mitarbeiter aus, die jetzt gerade in Beschäftigungsverhältnissen sind, unterstützen sie Skills anzueignen, die zukunftsträchtig sind. Wie zum Beispiel Marketing, Social Media, Digitalisierung und das machen wir während des aktuellen Jobs und weil es natürlich für ein Unternehmen nicht geht, Mitarbeiter jetzt freizustellen komplett, sagen die, okay, wir zahlen dafür das Gehalt des Mitarbeiters mit bis zu 75 Prozent. Und das ist praktisch der Hintergrund. Und jetzt kann man sagen, okay, gibt es da einfach ein Gesetz, ich rufe da beim deutschen Staat an und sage, ich will das haben. Nein, so einfach ist es nicht. A, ist es so, dass es eine Kombination aus mehreren Gesetzen gibt, die das ermöglichen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass diese Spezialisierung auf die Immobilienbranche nur wir haben. Ich kenne keine andere Agentur, keinen anderen Anbieter, der das hat, weil natürlich allgemeines Digitalisierungswissen schaue ich mir auf YouTube an, allgemeines Online-Marketing, Social Media-Wissen schaue ich mir auch auf YouTube an, aber spezialisiertes Wissen auf die Immobilienbranche. Wie digitalisiere, automatisiere ich die Immobilienbranche? Wie mache ich Social Media-Marketing in der Immobilienbranche? Das haben einfach nur wir. Und das ist halt einfach ein wichtiger Punkt und das in der Kombination ermöglicht es einfach. Wie auch immer, natürlich kann ich das selbst beantragen, kann ich das machen, wenn ich halt einfach hier bereit bin, sämtliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Nachteile in Kauf zu nehmen heißt, hey, mein Mitarbeiter ist Vollzeit weg, der ist einfach mal hier ein Jahr lang, zwei irgendwo in der Fortbildung oder wochenweise weg. Dann kann ich das machen. Wenn ich hier allgemein das beantrage, dann lernt der Mitarbeiter was. Aber ich als Unternehmer habe ja keinen Benefit unbedingt dafür, weil ich theoretisch sorge ich dafür, dass er die Möglichkeit hat, hey, wenn er bei mir hier nicht mehr arbeiten kann, dann ist er weg. Er hat einen anderen Job, dann geht er. Und wir haben, die Kunst dahinter ist ja, diese Kombination aus vielen, vielen Gesetzen. Und es ist ja, was kann ich mit was kombinieren, was funktioniert, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, was dafür sorgt. Hey, du hast diese Geldeinsparung. Nice to have. Okay. Der Mitarbeiter bildet eine Kompetenz aus. Ist sehr, sehr cool. Aber ich kann sie halt hier, wie du schon gesagt hast, im Unternehmen nutzen. Und das kriegst du so auf dem Markt nicht, weil da habe ich eine Fortbildung, branchenfremd, kann es für mich nicht anwenden. Okay, ich habe eigentlich dafür gesorgt, dass mein Mitarbeiter, wenn ich es falsch mache, in den nächsten ein bis zwei Jahren einfach kündigt und einen anderen Job annimmt. Und hier ist halt diese Kombination, diese Zeitersparnis. Es ist im Prinzip ein komplettes Konzept, was hier entworfen wird, was wir hier haben. Und das ist einmalig und hat so einen krassen Benefit. Ja, wir sind selbst ganz halb eigentlich, muss man sagen. Ja, man muss sagen, ich meine, wir sagen das erste Mal hier im Podcast. Wir haben natürlich auch schon davor, jetzt wo der Podcast veröffentlicht wird, davor schon getestet mit einigen Kunden. Und der Ansturm ist überwältigend. Und das muss man einfach sagen. Und deswegen, auch unsere Ressourcen sind einfach gering und deswegen Urne jetzt irgendwie aktiv zu verknappen. Aber wir haben wirklich begrenzte Slots, begrenzte Ressourcen, das so anbieten zu können, weil natürlich wir einen massiven Aufwand reinstecken, solche Förderung zu ermöglichen. Man muss sagen, der Staat schenkt nicht einfach was, damit das so, wissen wir alle, damit das möglich ist, muss man einige Dinge, einige Hebel in Bewegung setzen. Und das tun wir. Das heißt, das übernehmen ja wir komplett. Für die Arbeitgeber, für die Immobilienunternehmer ist das kein Aufwand. Aber für uns und deswegen haben wir nur begrenzte Ressourcen. Und das heißt auch für dich, wenn du das spannend findest, wenn du sagst, ja, du möchtest das, dann melde dich zeitnah bei uns. Wir können dir aber auch schon jetzt nicht garantieren, dass wir zeitnah Slots für dich haben. Melde dich einfach und wenn wir das haben, dann, genau, empfehlen wir das Gespräch. Und dann ist es so, dass wir im ersten Gespräch natürlich analysieren, was ist bei dir möglich, wie viel kannst du einsparen und dir auch einen genauen Rahmen geben. Und wenn das alles läuft, dann können wir dich hier aber unterstützen. Richtig. Es ist keine 100% Garantie. Wie gesagt, es ist ein Konzept. Deswegen komm in das Gespräch, bring deine Daten mit. Wir prüfen im Detail, wie, was kann funktionieren, was sind Ausschusskriterien. Es gibt relativ wenig, muss man zum Glück sagen. Deswegen ist der Antrag auch so hoch. Tragt euch ein, vor allem zeitnah, dann können wir in Ruhe drüber sprechen. Ja, und vielleicht bist du halt einer der Glücklichen, der auch gefördert wird und dadurch massiv wachsen kann und natürlich einen Marktvorteil hat. Genau. Tragt euch ein. Den Link zu dieser Seite, wo wir nochmal alles erklären, findet ihr im Video, unter diesem Video, per Link einfach draufklicken. Oder in der Podcast-Folge in der Beschreibung verlinken wir das dann entsprechend. Und yes, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, servus.